So, wie versprochen, dass ich mich jetzt von der Azrael-Drohne entdecken. Und dann geht's hier ab. Ein Heli spawnt. Okay, das ist low. Ich hab ein Pilot ausgeschaltet. Okay. Kann ich die Azrael-Drohne noch abschießen? Ich hab sie getroffen. Ich hab sie zerstört, oder? Da hinten läuft einer. Der läuft da am... Zwei. Oh, das sind Wolves. Das waren Wolves. Ja, das waren Wolves. Die ach so gefährlichen Wolves waren das. Nun, das war eine Azrael-Drohne. Dann ist das eben eine kurze Folge. Dann hau ich die einfach direkt im Anschluss an die andere Folge, an die letzte Drohnen-Folge mit den Amon-Drohnen. Hau ich die einfach direkt im Anschluss raus oder gleichzeitig. Okay, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freu mich auf euch. Wir sehen uns. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020